das war's das Geräusch müsste ich sogar noch irgendwo auf dem PC haben also kann ich das mal reinbringen und da vorne ist ein Dingens was zum... ach so so mal gucken haben wir noch sprecht mit Eleven da bin ich sogar in der richtigen Richtung wenn ich nach da gehen oh scheiße und gut ui toll da hat ja was also das hier nehmen wir was ist das hier einen Bogen nehmen wir verdorbenes Feld Wert 3 ach komm scheiß drauf können wir liegen lassen so sieht aber so aus als wäre das Portal doch ganz langsam irgendwie ich seh's nicht mehr doch da oben ist es noch oh scheiße das ist ja sogar ganz in der Nähe lass mir doch mal einen Schluck trinken äh oi so sieht das also aus der Ferne aus nice gut also sprechen wir mit Eleven 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 komisch wenn man die Namen so von Fremden hört also wenn man ich weiß nicht wenn man so eine Geschichte hat schlusser hi äh wenn man so eine Fantasy aber meine Rücken Moment Moment ach so jetzt äh wenn man so eine Fantasy Geschichte hat weiß ich nicht und dann solche Namen hört da denkt man auch nur so alter nett irgendwie so ne weiß ich nicht wenn ja zum Beispiel der Hobbit lest dann ist da Bilbo da sagt dann auch ne na okay vielleicht sagen kommt dann da ein paar Spastli und sagt dann höh Dildo aber heute Lien ne ihr wisst was ich meine aber wenn man dann selbst so eine Geschichte hat und dann so denkt ja okay mach ich doch mal ein paar Namen irgendwie na nu was soll das denn mach ich doch mach ich mal ein paar Namen dann denkt man sich irgendwie so hm scheiße ich komm auf keine vernünftigen Namen und dann gibt's zum Glück das Internet und da kann man googeln und da gibt's ein paar schicke Namen oder man ist kreativ und kriegt seine eigenen ich bin nicht kreativ ich bin nicht kreativ genug dafür um eigenen Namen zu kreieren und so ja das wollte ich gesagt haben Punkt äh ja jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht wo ich bin egal das hier ist ne wunderschönes City von die big city mit die big parry und big shit in the house Punkt so seh so Soldaten hallo hallo sind das Gefangene oder sind die tot was soll ich tun die liegen so in einer Reihe das gefällt mir nicht aber die können tot sein oh guck mal vier Pfeile kann ich nicht aufnehmen nöö war ja klar oh guck mal noch mehr Tote wieder alle in einer Reihe ha super hi oh guck mal ein Schild das können wir nicht nehmen und die Schwerter können wir auch nicht nehmen aber die Puppe die können wir nehmen ha ha super jetzt kann ich noch nicht mal gegen die Puppe da schlagen das ist ja kacke ich verklag euch alle ach ja richtig das war ja die Stadt war das ja jetzt erinnere ich mich wieder die da waren wir in der letzten Aufnahmesession mit ihm hier na Ras Ras muss von unserem Erfolg hier berichten ihre Majestät wird zufrieden sein ja ja oh guck mal ein Battler Arbeit ist Arbeit sage ich immer davon gibt es nicht viel in den Tieffeldern ich hatte gehofft ich könnte etwas Geld sparen und nach Hause an meine Familie schicken ja nee das ist wohl nichts geworden kennt ihr das wenn ihr irgendwie so Spiele spielt wo ihr die ganze Zeit in der Ego Perspektive rumlauft oder ich weiß nicht Grafik flimmern sieht oder so oder bei Mirror's Edge oder wie Assassin's Creed und ihr die ganze Zeit denn so komisch sitzt und euer Rücken davon weh tut oh ach das ist nicht gut das ist nicht gut so aber ich soll ja mit Eleven reden Elenven 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 mit Elenven mit Elenven reden Gott die hat aber auch einen Namen wo wo komme ich hier eigentlich aus jetzt bin ich schon wieder hier unten ach egal ich schwimme einfach flussabwärts und dann passt er schon mhm Korb durchsuchen Angel kann ich hier angeln? Nein ich kann hier immer noch nicht angeln warum kann ich hier nicht angeln? ich will da angeln warum habe ich den Geruch von Benzin in der Nase? hm keine Ahnung ist bestimmt wieder Mutti die sich ein paar Cocktails mixt Molotov Cocktails denn jeder weiß ja mein Vater ist russischer Mafiaboss mhm oh guck mal das sieht nach einer anderen Stelle aus oh und ein Buch oh Mühsal und Triumphe eines Monarchen mit der Seite mit der nächsten Seite und mit wieder einer Seite ich lese die mir später durch oh guck mal Fische ich will jetzt angeln warum kann ich nicht angeln? das ist gemein aber ich bin drüben ich bin auf der anderen Seite des Flusses einmal quer richtig hinsetzen und so ach jetzt kann ich auch vielleicht ein bisschen entspannter hier rum rödeln na guck mal da vorne ist das nächste Ding irgendwo gewesen ey guck mal das sieht doch richtig nett aus ich glaub das könnte ich als Thumbnail nehmen uuuuuh sieht richtig geil aus so wenn ich das aber so lasse hab ich keinen Plan mehr wo ich hinrennen muss und hier wird auch nichts mehr angezeigt na gut oh Rezept für Schweinepastit den nehmen wir so Elevan ist irgendwo da vorne gut dann brauche ich mich ja nur in diese Richtung halten dann kann ich wieder den hier machen ach schön diese idyllische Stille wenn der nervige Kommentator nicht die ganze Zeit kommentieren würde war der gerade? nein gut kein Wolfsjauj wenn ich das jetzt noch mit Smooth Camera hinbekommen dann ist super uuuuuh gut gut aber die Waffe sieht man das ist gut so mal gucken vielleicht finde ich ja Alan Wend genau so jetzt vermutlich irgendwo da oben drauf oder so was ist das da? achso Feder und Stift ich dachte Schwert und was? der hat sich da doch gerade hingespawnt das habe ich ganz genau gesehen kurzi hallo? ich bin wieder ganz allein na super oh guck mal hier vorne ist so ein Stein kann ich den aktivieren? nein kann ich nicht achso ne das war nicht der Stein oh guck mal was du scheiße man ich denke das ist ein Mitspieler und erwarte nichts und auf einmal boah uuuuh das schafft er schon wenn ich jetzt nicht mein Problem ach guck mal Quest egal ich will mit Alan Wend reden mich wundert dass ich heute keine Message hab so von wegen ja ich kann dir helfen 10 Euro für 10.00 Gold oh was ist das das irgendwie auch das würde ich mit Tüten gar nicht uuuuuh aaaaah 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 take this na gut dann halt nicht alter was ist das äh nächster Weg schreien heilige Scheiße aaaaah was bin ich dann nur wieder in die Arme gelaufen ach ich glaube es wäre sowieso mal praktischer wenn ich nicht unbedingt alleine durch die Elder Scrolls rumlaufe ach scheiße aber ich kenne so gut wie niemanden der noch die Elder Scrolls spielt wie schon gesagt wenn ihr mitspielen wollt äh ihr müsst ihr bescheid sagen denn ich werde vermutlich wenn das Video rauskommt nicht ja ja äh oh nein 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 verkackte Kacke hier leitet die Juristung mal drunter mhm 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 äh ja ich werde vermutlich nicht mehr spielen so hey Sisalien entdeckt ach ich liebe es wenn irgendwas funktioniert fast funktioniert komm das lassen wir doch hey Elevin Elenven hallo das Schleiererbe steckt hinter diesem Wahnsinn da bin ich mir sicher Wahnsinn Wahnsinn riecht ihr den Rauch denn nicht? ich noch ich hatte großes Glück auch nur meinen Vater lebend retten zu können der Stiftsvogt wurde fast erschlagen diese Schläger mögen vielleicht die Uniformen der ersten Auridon Seesoldaten tragen aber sie sind Betrüger wer sind sie? sie sind ganz sicher Agenten des Schleiererbes Teldur der Gehilfe meines Vaters versucht eine Verteidigung auf die Beine zu stellen ihr seht wacker aus werdet ihr Silseilen helfen? na gut wir warten in der Scheune ein Stück die Straße hinunter viel Glück da drinnen ja ich hätte gerne noch mehr Informationen wir haben nicht viel Zeit was wollt ihr wissen? wer seid ihr? ich betreibe ein Gasthaus in der Stadt aber wenn ihr euch nicht beeilt haben sie es gleich niedergebrannt ja 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 wer ist der Stift von Valado? mein Vater und der Mann der neben mir steht der törichte Schwachkopf pfff wo kann ich Teldur finden? ihr ist auf dem Platz gleich hinter der Brücke ihr müsst euch beeilen ja ja was könnt ihr mir sonst noch über den Angriff erzählen man hm wir hatten eine Abteilung der ersten Auridon Seesoldaten erwartet die alles für den Besuch der Königin vorbereitet dann kam dieser Haufen hier an und fing mit dem Morden und Feuer legen an wir haben uns zwar auf ein Fest vorbereitet aber nicht auf ein Schlachtfest ah ja ja Festplatte hat auch auch mal so ein äh Fleischer gemacht so ganz viel Fleisch und dann drüber geschrieben Festplatte schon klar seid ihr sicher dass es Betrüger sind? warum solltet die Königin Truppen schicken um ihre treuen Untertanen anzugreifen? das ergibt keinen Sinn doch es wäre genau die Art von List zu der das Schleiererbe greifen würde um ihre Autorität zu untergraben was ist das Schleiererbe? eine Gruppe altmeerischer Isolationisten die alle Außenstehenden hassen sie denken die Königin wäre durch unsere Allianz mit den Bosmer und den Kajid verdorben worden und nun trachten sie danach Ayren zu stürzen Lepo Rundfunk 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 Martin 禮b Rundfunk Rundfunk Alanas Rundfunk W Day R hunted Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020